Aus für den Batteriehäusern. Und damit begrüßt... ...grüßt... ...grüßt... ...Battlegrounds. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Besuch. Über mir fliegt einer, Alter. Der fliegt so nah neben mir, ey. Übelst neiste Scheiße. Zauzi. Zauzi. Doch schon sehr geil. Wir haben auch gut rasiert, Jungs. Aber Leute, wir zocken ja immer zu dritt meistens hier, wenn wir an Squad spielen. Wir brauchen mal einen Namen, ja? Wie könnten wir denn hier heißen? Schreib doch mal ein paar Namens. Was? Let's go, Mike, let's go. I'm gonna kill you now. Hat der mit dir gesprochen, oder was? Ja, wir fliegen grad gemeinsam hier runter. Geil, Alter. Das ist so gut. Wenn er könnte, direkt außen radieren, die Drecksecke. Oh, Mann. Der ist bei mir gelandet. Der Spacken, Alter. Der alte Kacknacken. Könnte sein, dass ich gleich tot bin. Ich hab sie. Oh, ich hab ne Unziegel gefunden. Mega. Sag doch, Pisser, wo bist du? Alter! Ja! Hab jemanden tot geboxt? Ich hab ihn. Lol, Alter. Bin noch fast down, Mann. Okay, ich ende den ab hier. Ja, hab jemanden getötet? Ich auch. Ernsthaft? Ja. Boah, die hat noch versucht, mich mit der Brechschange totzuschlagen, ne? Ich hab mit dem geboxt, Alter. Ja, ich auch. Und der hat versucht, mich mit der Brechschange noch totzuschlagen. Ich glaub, hier unter mir ist einer. Oh, Curry, wo bist du denn? Der ist in meiner Hütte. Kommt da mal mit dem Motorrad angefahren, ne? Easy. Hä? Das ist echt so. Der kommt da angedrived, Alter. Oh. Wie war das? Nein, du Wichser! Du kleiner Wichser, Alter. Leck mich. Scheiße. Wir können jetzt erwischt, Tobi. Ist wohl nicht tot, Alter? Ja, ne, SKS, ja. Na, mach ein bisschen Action hier, komm. Komm, dann holen wir uns denn, Alter. Komm, Leute! Hol euch die Gauner, Alter. Oh, Tobi, hast du ja ein richtiges Jagdgewehr, Mann. Na klar, man. Klingt jetzt gleich in den Arsch geschoben, Mann. Wo ist der Pisser mit seinem scheiß Motorrad? Der fährt einfach um den Block, Alter. Der ist in den Haus und tötet den, der einen Kirche getötet hat. Boah, Dennis, du bist ein Held, Alter. Ah, pass auf, der hat halt nen SKS, ne? Ja, ich hab nen Shotgun. Ja, Mann, hatte ich auch. Und halt mal nen Dödel vom Dach, Alter. Komm, Tobi, wir rushen den. Komm, komm, Tobi. Nein. Ihr müsst aber von vorne und von hinten sein. Das kann da einfach hinten rausgehen. Pass auf, Dennis, der ist da. Oben. Oh! Der ist oben auf dem Dach, ist einer. Ich bin down. Boah, der hat mich geheadshotet, Alter. Der ist auf dem Dach oben. Ah, okay. Dann geh den holen, Alter. Scheiße. Ganz oben, Alter. Bring den oben, Alter. Scheiße. Der wird mich wahrscheinlich holen wollen. Das kann doch sein, dass der auch weiß, was da kommt. Ich weiß es nicht. Kann ich hier runterfallen? Ja, der hat dich auf jeden Fall schon gehört. Guck mal, wie das mal mir aussieht. Da ist er! Nice, Dennis hat ihn, Alter! Was ist los, Mann? Der hat ihn, Alter! Bäh! Und jetzt hol Tobi, Mann, komm! Geil, spring vom Haus und stirb! Der hat keine SKS-Tobi, der hat eine SCAR. Ja, SCAR, mein ich ja. Na, Junge. Ich dachte... Hey, Tobi, ich komm. Ey, Junge, ey! Komm, Tobi, warte. Okay, Tobi, geh irgendwie in Deckung oder so. Der Krieg schon entgegen, genau. Wenn der Arsch gerade beleuchtet wird. Tobi, Alter! Unterhose ist aber noch weiß. Muss man ja lassen, ey. Ja, ist geil, ne? Ich hab nie die Hose geschissen vor Angst, ey. Bist du im Haus, oder was? Ja, klar. Der Krieg gerade runtergekrabbelt. Ich bin jetzt da, Tobi. Bin im Treppenhaus. Nicht erschrecken. Ich glaub, da unten bei dir... Oh, so, okay. Hi. Moin, Tobi. Ja, Moin! Ja, Moin! Wie geht's dir? Niemand tötet meinen Curry, unbestraft! Ja, Moin! Ja, Moin, Freunde! Da rennt dir jemand? Ja. Ich bin Bomben-Terrorist! Hallo, Akbar! Kein Besuch, Tobi. Tobi, du hast fast kein Leben mehr, ne? Ruhig, ruhig, ruhig! Geil, ist geil. Wir haben ja irgendwo einen scheiß Koffer oder sowas. Warte, hinter uns im Haus, ne? Hm! Boah, der hat mir auch richtig einen guten Mitglied. Zwei Minuten hab dann auch die Zone in Richtung Süden. Ja, das kannst du vergessen, Alter. Ich werde auf jeden Fall eh sterben, weil ich hab gar nichts mehr. Na komm, Tobi, wir gehen jetzt los. Komm, 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 komm. Du musst ja eine Tour machen jetzt. Nimm dir mal einen Rucksack. Ja, mit der Packung. Den könnt ihr ja auf dem Weg noch finden, ne? Kein Ding. Wir haben nichts zu verlieren, Alter. Links von uns ist was. Ja. Ah! Ah! Nimm mit, nimm mit! Du hast auch eine UMP, Tobi, ne? Oder hast du keine Muni dafür? Doch, 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 doch. Ja, dann nimm lieber die, weil ich glaub mit dem Jagdgewehr dazu treffen wird schwer. Wo ist der denn? In der Hütte da, glaub ich. Der ist bei Curry da oben drin irgendwo. Komm, Tobi, scheiß auf den. Komm, 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 komm. Jo, aber wie gesagt, wenn ich nicht angeschossen werde, lass mich aber liegen. Komm, Tobi. Nur zusammen werden wir weitergeräumt machen. Nicht alleine, Alter. Nicht alleine. Und dann pisse er natürlich jetzt im Nacken, ne? Ja. Schöne Mütze, Tobi. Ja, ne? Pack die Waffe weg, Tobi, komm. Pack mal die weg. Noch nie gemacht. Achso. Schnapp geht's, Alter. Jo. Jo, Iron Man, Alter. Ach ja. Lass mich nicht zurück. Als Kind hab ich das auch mal so gemacht. Als ich den Antilopen hinterher gerade bin, Mann. Ehrlich, was zu essen. Oh, genau, das ist übelst Action. Ja, ist doch egal. Komm, komm, komm. Die Drecksau, Alter. Die kleine Drecksau da, ey. Ziegen, Alter. Ziegen. Wenn ich jetzt ein Energiepaket finden würde, oder sowas, ne? Ey, das finden sie gleich. Glaub mir, Sergeant. Ja, Tobi, nice. Ah, was eine Folge schon wieder, Leute. Also, letzte Episode, mega krass. Schaut sie euch nochmal in der Playlist unten in der Beschreibung nochmal. Dann könnt ihr auch anklicken in die Playlist, und dann könnt ihr euch die Episode reinziehen. Übelst krass. Mega spannend. Jetzt haben wir leider den Touristen verloren. Ja, so ist das, ne? Im Battlegrounds, das ist halt so. Wir brauchen nur die, wir brauchen wieder, Mann. Aber nur die anderen beiden, gerade in der letzten Folge, da, die sind ja auch im Finale gewesen, ne? Ja, aber wir brauchen nicht mehr, Leute. Ihr könnt es packen, Leute, Alter. Ich meine, ihr Zwei zusammen nicht mehr als die Hälfte einer Lebensspeise, aber gut. Weißt du? Leiste, lebens-lebensleiste. Oh, haasen. Horizon! Ja, und wir kurz ausharren, meine Headset ist fast leer. Was? Was? Beste Möglichkeit, besser Zeitpunkt, Alter. Ja, ich hör doch die ganze Zeit schon piepst und so, piepiep. Scheiße, Alter. Das ist ne Bombe, Tobi. Da ist ne Waffe, guck mal, Tobi, oder? Ich brauch nur den Helm. Ich hab ne UMP, alles gut, nimm dir die. Hast du irgendwas besser als ne UMP? Ich hab, ich hab keinen, ich kann sie nicht nehmen, ich hab keinen, äh. Okay. Scheiße, Mann. Ja. Warte. Weins. Hier mal ein Munition, okay. Ja, das ist kein Problem. Komm, wir gehen weiter. Warte, warte, ich muss mal hinterher. Alter, die Licht einfach ne AKM nehmen. Ja. Dann lass Tobi doch lieber die nehmen, Alter. Na, ich nehm die jetzt. So, ich hab leider... Ah, das wär doch schlauer. Ah, fick dich doch. Kann Tobi dir die Waffe von ne SKS, äh, die Muni von ne SKS nicht geben? Ich hab keine SKS. Äh, von ne, äh, ähm, SCAR halt, mein ich. So. Komm, Tobi, wir, lass, machen wir gleich, Curry. Okay, Alter. Okay, Tobi, weiter geht's, komm. Ihr müsst noch wandern ein bisschen. Aber ist noch Zeit, ihr schafft das auf jeden Fall in die Zone. Ist kein Problem. Das ist, äh, Verband oder sowas. Wieder läuft so, ne? Aber ich sag ja, wenn man halt wirklich echt sich mit den Mechaniken wie, wie schießen und so auseinandersetzt, dann wird man nach ner Zeit echt besser. Wobei ich jetzt schon die Erfahrung gemacht hab, dass man teilweise sogar besser zielen kann, wenn man gar nicht in die Ego-Perspektive geht. Ja, 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 das stimmt. Das ist schon krass. Also, wenn du nah an denen dran bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht ziehen, weil das, glaub ich, noch schwerer ist. Ja. Den einfach, wenn du siehst zu bekommen. Dann machst du doch Hüftfeuer, oder nur? Ja, genau. Ja, aber das hab ich teilweise schon besser getroffen, als wenn ich anvisiert hätte. Hm. Also, es kommt auf die Entfernung an, ne? Ja, sowieso, ja. Also, von hier aus den Hüftfeuern da in das Fenster reinschießen brauchst du nicht. Klar. Eine Kugel, ich bin down. So einer Rick Grimes, äh, Colt, Alter. Der ist einfach zehn Meter lang, Alter, der schafft. Tobi, wir müssen jetzt echt hoffen, dass da vorne in den Häusern keiner ist. Steckst das Ding so aus zehn Kilometern, fern wir in das Haus rein, Alter. Au. Hast du gehört, Tobi? Was? Müsst du echt hoffen, dass da jetzt keiner ist, Mann. Sonst sind wir echt am Arsch. Ja, das ist bestimmt, Alter. Das schafft ihr, Mann. Komm, Wasserturm. Geh dann beim Wasserturm, Alter. Okay, Tobi, jetzt räum mal auf, da. Ich hab nicht mal einen Rucksack, Alter. Ich komm grad unter Wasser gucken, als Tobi gezielt hat, ey. Ja, ne, ich weiß, das ist voll behindert im Spectator-Mode. Hast du einen Rucksack denn, Tobi? Ja. Du in das Haus, ich geh in das Haus dahinter. Ja. Hier war aber, also hier ist alles zu, aber hier ist nix. Du warst die Tür aufgemacht, ja. Ja, ja, ich komm mal, ja. Ja, okay, okay. Yo, nice. Guck mal, was da ist, Tobi. Ja, geil. Dennis, willst du das haben? Was ist da? Er ist Hilfe-Kopper. Nee, hä, du bist doch, hä? Äh, weißt du, ich bin noch weiter zu holen. Habt ihr auch keinen Verband, hast du keinen Verband? Eine Pfanne, meine Damen und Herren, ihr wisst, was das bedeutet. Oh, jetzt geht's ja gar nicht. Jo, ich spal mit Chat, weil... Hast du, hat keiner Verband mehr? Oh, Mann. Nope. Wir müssen suchen, Tobi, wir müssen suchen. Ist doch geil, wenn ich jetzt noch in euer Inventar gucken könnte, ey. Ja, ne? Luftkappe, Alter, wie ist denn da mit Molli? Oh, geil. Könnte ich immer noch kontrollieren, ey. Boah, was ist da denn da? Guck mal, da hat Vierfachsucher da. Was ist dat denn da mit der Macht? Was ist dat denn da mit der Macht? Da bin ich wieder am simulieren, ne? Oh, wir sind in den Bomben-Dings, ne? Boah, was ist denn hier los, Alter? Tobi, ich hab hier AKM alles hier drüben in der Hütte. Der hat ein ganz Waffenarsenal aufgemacht. Tote. Ne, schön im Haus drinne bleiben, ne? Ja, ja, aber ich brauch einen Rucksack, ey. Kannst du den Vierfachsucher aufnehmen? Oh, Dennis, ich hab eine Sanitätstasche gefunden. Ja, nice, du musst direkt Dennis geben. Und hat der full life, Alter. Und einen Rucksack. Junge, wann ist denn jetzt los? Alles wieder im Game, Leute. Boah! Boah! Alter, ich hab hier auch eine Sanitätstasche. Ja, geil, dann gönn dir. Obwohl, halt die lieber fest und nimm diesen Wiederbelebungsteil da. Dann hast du direkt full life Dennis. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja, dann hör auf, dann hör auf. Ja, ja, ich hab... Das ist gut. Ja, Alter. Jetzt hast du eine Tür hier. Alter, geil hier ein Öter, Alter. Boah, was ist denn das, ey? So. Schönes Badezimmer hier. Komm mal gleich zu Tobi rüber, genau. Nice. Die liegt unten. Unten war die Tobi, ne? Yes. Genau da im Wohnzimmer, genau. Hey, hast du die aufgenommen, Tobi? Die Sanitätstasche, ja? Die hab ich hier. Okay, dann geh. Hast du mal die heben, Tobi? Gebt dem Dennis mal. Geht dringend. Oh, guck mal. Oh, Leute, es geht runter wie Butter, ey. Wir sind wieder im Game, Leute. Ja, gewin. Aber Zone ist andere Insel. Oh. Ernsthaft? Ja. Ach, du scheußes Military Base da unten? Oh nein. Ja, Ecke, ne? Da in den... Hey, Tobi, komm, wir müssen weiter. Das schaffen wir sonst, das eigentlich nicht. Südwesten. Haben wir nicht ein Auto oder so, ey? Ja, mach der da, Alter. Na gut. Weiß genau, dass du mir zuguckst, Corina. Ja, sonst kann das keiner, ne? Ne. Oh, scheiße. Okay, komm, Tobi, let's go. Komm, Leute, knapp. Greift euch den Boden und fahrt direkt rechts da in die Ecke ran, weißt du? Ja, 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 ja. Wie damals mit dem Airdrop. Ja, Mann, genau da. Und dann taucht ihr unter Wasser und dann streben wir alle Atlantis, Alter. Der Sprengler gegangen ist, ja, das war aber lustig. Mitten auf der See, Alter. Links steht ein Auto, also so ein Buggy. Ein Buggy, ja. Könnt ihr machen? Ja, dann hast du mit dem Buggy zum Wasser fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Komm, Männers. Du bist unter dem Top 45, Alter. Von uns des Lieblingsall. Hey, ich bin auch noch im Team, ja. Ja, Mann, stimmt Curry auch dabei, ja. Jenseits-Curry. Ja, genau. Was los, Alter? Da sitzt du, Alter. Das ist einer weißen Unterhose, Alter. Es geht los, Mann. Bist du bereit? Komm, da drin sitzt, da draußen sitzt, Mann. Ja, moin. Geil. Ich dachte, wann fliegt denn da oben für den Helikopter, Alter? Na, klar. Dennis? Ich hab's gesehen, ja. Na, klar. Boah. Ich bin hier an ein Boot kommen. Ja, hier muss an den Strand fahren, da. Komm. Haben wir bergunter fahren. Komm, wir fahren über die Brücke. Hä? Hä? Hat er jemand Molotow geworfen? Das war ich. So, lol. Alles klar, Alter. Oh, bei der Brücke ist grad Bomben, Dings, ne? Aufpassen. Hammer, nice, Leute. Ja, genau auf der Brücke, Alter. Fahr mal durch. Alles oder nichts, Mann. Dennis? Wo willst du hin? Ich versuch, ich versuch die ganze Zeit über die Brücke hinzukommen. Was ist wie bei der Signale Survivor hier gerade, ne? Ja, Mann. Hä, Mann. Was ist los? Und es trifft keiner, und es trifft keiner. Ja, nee, überhaupt nicht. Weißt du, genau, jetzt muss da wieder Bomben im Moor sein, weißt du? Wie das so aussieht, wenn da so aus der Ferne einer zuguckt, weißt du? Mit Visier und der sich in deinem Kreis fahren, Alter. Alter, Tobi, wir fahren zum Strand einfach, komm. Hä? Guck mal, ist ein Boot, Mann. Oh, da ist ein Auto. Da ist auch eine andere, die Idee. Dacia. Sag mal. Der oben sitzt da, kann nichts machen, Alter. Lass doch aber die Brücke jetzt einfach fallen. Komm, scheiß drauf. Ja, okay, Mann. Jetzt sind wir safety. Kommt, Männers. Ich kann dir voll in die Glocken gucken, ne? Das ist geil, oder? Oh, ja, Baby. Das riecht wie das Schiff von unten, Alter. Du geiles Stück Scheiße, Alter. Das ist überhaupt nicht gefährlich, wenn du das jetzt so kniest, weißt du? Ein Hummel, du fliegst runter, Alter. Und scheiß. Nee. Ich klebe fest. Ich bin ja ein guter Fahrer. Stimmt. Ich habe einen riesigen Griemen um den Sitz geschnallt, weißt du? Boah. Was ist denn da los, Alter? Himmelami, Alter. Von rechts kommt irgendwo ein Auto oder so. Guck mal da vorne aus. Ein Problem, glaube ich. Komm, die ficken wir jetzt, Alter. Ja, klar. Nein, warte. Drive by, Alter. Wann da her los? Wenn ich auf die Bündnis sind, dann haben die keine Chance, Mann. Komm. Das ist wie too fast and furious, gerade. Das ist echt so, Alter. Ich bin to wait to rock-jombs, Alter. Ja, so sieht doch alles aus. Schieß auf die Reifen, so. Geht das? Ja, das geht. Das geht. Das geht. War da direkt, Alter. Ja, nice. Hol sie den, Tobi. Ey, nice. Die haben einen Unfall gebaut. Das sind noch mehr. Stopp. Bleib stehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben eine Farikade gebaut. Links, links. Tobi. Warte mal. Aus. Links, links. Hinter euch. Oh mein Gott. Tobi. Ey, ich habe einen überfahren, Alter. 13 Jahre geworden. Nice, Alter. Geil, Alter. Special Episode, Alter. Was war das denn? Wir haben jemanden überfahren, plus, dass wir dann noch, ja. Zählt doch schon ein 2-3-2-2-2-2, okay, ey. Alter. Die stehen da einfach mit so einer Straßensperre. Ja, sie bauen da einfach eine Straßensperre, Alter. Ja, Alter. Wir sind nie. Echt, war das schon eine ganze Episode? Okay, ja. Ja, war 15 voll, Alter. Geil. Ja, gut. Dann machen wir die nächste, Alter, Freunde. Ja, gut. 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 Vielen Dank.